Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin seit 19 Jahren Mitglied in der FDP, erst zehn Jahre in Führungsfunktion im Landesverband Niedersachsen tätig gewesen. Jetzt bin ich seit knapp zehn Jahren stolz, hier in Baden-Württemberg mit dabei sein zu dürfen, Ortsvorsitzender in Ludwigsburg, Kreisvorsitzender in Ludwigsburg und Bezirksgeschäftsführer in Ludwigsburg und Bezirksgeschäftsführer in der Region Stuttgart. Ich bin stolz darauf, in der FDP zu sein, in einer Partei, in der einzigen Partei, die momentan in Deutschland eine sehr differenzierte Position in der Corona-Pandemie entwickelt hat, die stets kritisch, aber eben auch immer mit konstruktiven Vorschlägen auf Landesebene und auf Bundesebene genau das geliefert hat, was die Regierungsparteien nicht zu liefern imstande waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den Landesvorstand und die Landespartei als Backend und als Connector zur Basis in Baden-Württemberg dabei unterstützen dürfte, diese tolle Arbeit fortzusetzen und den Wahlkampf für die Bundestagswahl dieses Jahr damit so voranzutreiben, dass wir ein herausragendes Ergebnis bei der Bundestagswahl erreichen. Mein Name ist Wolfgang Vogt aus Ludwigsburg. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Stimme, über Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.